Heute geht es um die wasserrechtliche Konsensdauer, also die Frage, wie in Genehmigungsverfahren Wasserbenutzungsrechte zu befristen sind. Herzlich willkommen, mein Name ist Paul Reichel von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhofer & Partner mit Standorten in Wien, Salzburg und Graz. Heute geht es also um die Frage, wie Wasserbenutzungsrechte zu befristen sind. Das Gesetz sieht hier grundsätzlich Maximalfristen vor, grundsätzlich 90 Jahre für Bewässerungszwecke, wie zum Beispiel in der Lammwirtschaft, bis zu 25 Jahre. Die Wasserrechtsbehörde hat hier in einen Abwägungsvorgang einzutreten und abzuwägen, zunächst zwischen dem Bedarf des Bewerbers einerseits und andererseits zwischen wasserwirtschaftlichen Interessen und die wasserwirtschaftliche und technische Entwicklung. Nach diesem Abwägungsvorgang hat sie den wasserrechtlichen Konsens auf die höchstmöglich vertretbare Zeitdauer einzuräumen. Der Bewerber, soweit ist klar, möchte natürlich immer die höchstmögliche Konsensdauer halten. Er muss aber hier dafür auch einen Bedarf geltend machen. Was nicht geht, und das ist ganz klar, das Wasserrechtsgesetz möchte die Hortung von Wasserbenutzungsrechten vermeiden. Was umgekehrt aber auch nicht geht, ist ein allgemeiner Verweis auf eine wasserwirtschaftliche Handlungsfähigkeit und vor diesem Hintergrund eine kürzere Frist, die dem Bewerber quasi dann aufs Auge gedrückt wird, mit dem Verweis auf so allgemein gehaltene Darlegungen. Also man muss schon konkret begründen, warum im konkreten Einzelfall ein Wasserbenutzungsrecht kürzer eingeräumt werden soll, als es der Bedarf des Bewerbers eigentlich hergibt. Problematisch sind auch, sage ich mal, Richtlinien in gewissen Bundesländern, die für gewisse Anlagen, namentlich Beschneiungsanlagen, samt und sonders höchstmögliche Zeiträume vorgeben, in Vorarlberg oder in Salzburg zum Beispiel auch. Das entbindet die Behörde aber nicht davon, tatsächlich auch den konkreten Bedarf des Bewerbers zu überprüfen und auf der anderen Seite auch im konkreten Fall zu überprüfen, warum in diesem Fall tatsächlich die höchstmögliche Wasserkonsensdauer nicht eingeräumt werden kann. Es bleibt aber weitgehend spannend, dass die wasserrechtliche Konsensdauer in den Genehmigungsverfahren immer ein Quell heißer Diskussionen sein wird, ist klar. Es wird uns auch insofern weiterhin nicht erspart bleiben.